Willkommen meine Freunde zu einem weiteren Part Let's Play Xenoblade Chronicles. Wir sind gerade von der Rettung von Melia zurückgekehrt und ich habe heute einen Gastkommentator dabei. Hallo, ich bin auch mal wieder dabei, der Zorok. Genau, der Zorok, der war ja schon mal wieder dabei, der war dabei mal. Ja, ist schon ein bisschen her. Ja, ein paar Parts, ne? Und wir sollen jetzt ins Audienzzimmer gehen. Um dort, ja, was wollen wir da überhaupt? Eine Audienz haben. Ah, deswegen Audienzzimmer. Oh, oh, sind wir gleich da. Ein Meter müssen wir noch gehen. Ein Meter. Ja, und wie immer, ich habe keinen Sound, ich werde aber trotzdem in Katzenzieklappe halten. Ihr müsst wissen, wer ihn nicht kennt, also er kennt das Spiel, aber er hat mir noch nichts gesagt, nichts gespoilert, weil es sich zum Spiel gehört. Weil man das Leben nicht macht. Richtig, ich habe schön die Schnauze gehalten. Und wir kommen jetzt übrigens zu sehr guten Stellen im Spiel, also schön ruhig sein und das Video in Ruhe gucken. Bitte vergebt mir, dass ich euch zurückgehalten muss. Nur Schalk allein darf von hier aus weitergehen. Oh, was heißt das denn jetzt? Du bist alleine. Schalk, wir verabschieden uns für dich zu verabschiedern. Du und ich sind nicht von den gleichen Menschen. Aber das muss ich sagen. Danke für die Hilfe von Melia Antiqua, meine Tochter. Es war keine kleine Schlauze. Nicht überhaupt. Ich, auch, muss ich entschuldigen, für meddeln in deine Verabschiedung. Wir sollten nicht interferieren. Sie ist eine Glückwunsch, um zu treffen, solche Menschen zu verabschiedern. In den Zeiten zu kommen, ein Ruler will mit Unterstützung von individuellen wie dich. Ich höre, dass du den Mechon suchen. Ja, das Mechon verabschiede unsere Haus, und wir verabschieden haben viele liebte. Revenz ist dein Ziel? Es ist. Du bist ehrlich. Ich will nicht schütteln unsere wahrsten Worte. Unsere Existenz ist auf dem Weg. Es ist auch nicht verabschiedig. Schalk, du bist der Mannade, aber es ist etwas, was muss zu sagen. Was ist das? Es war lange bevor unsere Vorfathers gebaut dieses Empires. Dwei Titanen, die Bionis und die Mechonis, haben eine fischendste Kampf gemacht. Ist das bekannt, in den Homs? Ja. Es ist gesagt, als Kinder zu uns, die beiden kämpften und sterben. Mögen viele Kreaturen im Prozess. Die Geheimnisse wurden unsere Welt. Wir bringen neue Leben auf Bionis. Das ist wie wir uns gemacht haben. Die Bionis wird wieder wunderschön. Alvis sagte mir das gleiche Ding. Das ist nicht nur die Vision von Aesir. Alles von Magna weiß. Die Talethie sind so alt wie die Bionis selbst. Und jetzt, sie verabschieden die Aether. Diese Verabschiedung kann nur ein Ding. Uh, aber warum ist das jetzt passiert? Wie? Das ist eine Anregung, die von unseren Vorfathers geöffnet. Es ist geschrieben. Die Angelegenheiten von Antiquia. Wenn die Aether kreie, die Bionis wunderschön. Dements, nicht die Angelegenheiten. Und erabschieden die Sorte zurück. Erabschieden die Macht und unerwunderschön. Oh. All life born on Bionis affects the Aether. The Mechon's assault is just the beginning. And these events were set in motion when you used the sword against them. We used it because we... Because you needed to. Without it, you could not survive. I cannot dispute this fact. I believe the inscription speaks of these very events with the Mechon. But if their assault continues, if more lives are lost, soon the Bionis will awake. And not only the Hyentia, but all life will perish. Do you see, Shulk? You're talking about total extinction. Correct. Which is why the Mechon's invasion must be stopped. Then you'll help us. Your Majesty, we need Imperial sanction to enter Prison Island. Will you permit us entry? What will you do there? I saw it in a vision. We will fight a faced Mechon. They must pay for what they did. Then you will have seen him too. On Prison Island, our forefathers sealed something away. Just as they did to the Monado. All records have been lost. And there is now no way to know what it was. Is it connected to the awakening of the Bionis? I do not know. But our forefathers must have had good reason. We must trust their decision. Shulk, allow me some time to deliberate. Above all else, I will consider the safety of Bionis. You are our Bionis brethren. We will not ignore your plight. I understand. This is not our homeland. If you decide not to let us go, I will accept your decision. I am sorry. It's okay. One more thing. Yes? I ask this not as Emperor Sorian Antiqua, but as a father. I do not demand that you act as Melia's protector. But I would be honored if you would be her friend. This is my humble request. It would be my honor. The Telethia are on the move. Yes. That fleshy fool will go for the Monado. What of the faces? Repairs to metal are complete. And Nemesis? Nemesis is... The Homs with the Monado. He has reached Erith Sea. Yes. And there is only one place for them to go. Yet he will not dare unleash such power. No matter. Bugs must still be exterminated. It is time to test our new toy. Commence the assault on Bionis. What the fuck? Ja, ja. Das ist schon sehr interessant, ne? Oh, ja. Und Kapitel Ende. Yay, damit startet die Aufnahme doch wunderbar. Wunderbar, ey. Das war ja wirklich ein geiler Anfang. Ja. Ich habe inzwischen auch schon... Oh, noch ein bisschen mehr gespielt. Warum speicherst du... Hast du gerade zweimal gespeichert? Frag mich warum. Aber jetzt kommt noch mal eine Cutscene. Ein Monat zuvor. Das war ja total. Tja. Und das war ja wirklich das war. kann das be true it will happen soon i saw melia she was fighting a battle against a mech on with a strange group of arms yes that sword could it be the could it possibly and that location was it Die Vision ist ein Zeichen. Mit deinem Willen kann es sich verändern. Für heute müssen wir alle Dinge considerieren. Alles, das Kapital und die Leben unserer Menschen aufzunehmen. Wow! Wow! Take a look at that! A high-end to your air show! Bird people fly higher than nop-on-birds! They've got some neat tricks. Shulk! I think that's Melia up there. By the authority of our divine ancestors, I, Melia Antiqua, am honored to accept the responsibility of becoming your next benevolent ruler. Should I be deemed unworthy of this calling, or fail to protect the ancestors or the Bionists, I promise here, and now, to throw myself on the mercy of you, the people! Bravo! 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 Most majestic. That fragile girl in the forest is a distant memory. But which one is the real Melia? I ask this not as Emperor Sorian Antiqua, but as a father. I do not demand that you act as Melia's protector, but I would be honored if you would be her friend. No, it's not like that. They're one and the same girl. I think. And what did you see, Alvis? Oh, it's you. Don't play games. No need to be angry. I only wanted to analyze the boy. Which was the point, no? Hm. I did not interfere with your ministerial affairs. In fact, you should be thanking me. I wonder if he feels the same. We have all the information we need. We know that such a Telethia cannot hurt them. You see? Nothing can befall him before he sees his dream fulfilled. You sure oraz a gross spreading you. You see.. No Konami ends up scoring all the way. If I ever wanted you to hear, IFCN. Yes. We were lucky to have any of the surroundings, Let's just see if you hold back the screams when his blade gets a taste of you! Heh, I love a warm welcome! Let's settle this machine to machine! So they've got a new crown princess. Three cheers for Melia! Right, but we're still no closer to that murdering-faced Mekkon. Once we reach Prison Island, we'll get our chance. I've seen us there. It must be true. Shulk, man. Maybe we can still persuade bigwings. Melia's crown princess now. I reckon the Emperor might change his mind. Maybe. Rhyne, the Emperor's request was clear. Give him time. There's more to this island than we know. Things are at play here that reach beyond our understanding. Dundon write! Ricky and friends visit Melia now! Hey! The adults are talking, Pops! Ricky wants to see Meli! Ricky thinks Meli's sad too! She might like the distraction. All those stiff ceremonial duties. You decide, Shulk. Ricky say yes! We are still at the end of the day! We can play again! Yes, the Cutscene is at the end! It was a very impressive Cutscene, I really want to say. Yeah. Or many of the Cutscene. But I haven't understood that with Alvus, what was he was going on? So, it's still still coming. No problem. It's still a exciting. It's still exciting. It's still exciting. Cuts die mit dem Metallface da. Also wieder mit dem Kaiser da. Die haben jetzt glaube ich auch schon das vierte Mal, glaube ich, oder? Ja, und du kommst dem Situation immer näher. Das Ding ist jetzt, du musst mir entscheiden, sagen, wann ich cutten darf, aber wann ich. Du kannst jetzt erstmal noch weitermachen. Ich würde sagen, nach dem nächsten Cutscenes können wir cutten dann. Wir gehen jetzt Melia besuchen und das dürfte dann ungefähr hinkommen von der Zeit. Wir haben jetzt noch ungefähr... Oh, wie lang ist jetzt die Folge? Viertelstunde ungefähr. Ja, die Cutscenes ist ungefähr fünf Minuten lang. Passt. Du musst in die andere Richtung. Das ist eine Sackgasse. Genau auf die andere Seite einfach. Achso, sie ist ja im anderen Zimmer, ne? Ja, einfach ein bisschen rechts halten. Rechts vom Grund den Gang da lang. Darum müssen wir lang. Deswegen, aber ich fand das wieder sehr gut, also, dass ein bisschen Story da wieder so erzählt wurde. Ja, und erinnerst du dich gerade noch an den großen goldenen Meckern? Ja, der habe ich gesehen. Das ist der Anführer von den Meckern. Er hat auch irgendwas über Nemesis gesagt. Die hatten wir noch nicht, oder? Nemesis war das Weiße. Achso, das ist das Weibliche davon. Ja. Achso. Okay. Und wenn jetzt da... Ja, warum nicht, sage ich mal. Du hast bei mir gerade ein bisschen geleckt. Oh. Aber nicht so schlimm. Leck den nur bei mir. Nicht bei allen anderen. Selbst meine Tonspur leckt nicht, weil ich die separat aufnehme. Richtig. Anders kriegen wir das nicht hin. Jo. Hatten wir damals ja schon das Problem. Jo, da haben wir dann halt doppelt aufgenommen. Mein Gott. Passiert aber. Man wird ja immer klüger, ne? Jo, und jetzt kommt die nächste Cutscene. Jetzt kommt ein Cutscene auf Cutscene auf Cutscene quasi. Jo, tut mir leid, dass der Part so wirklich riesenfluss... äh, redefluss hat. Kaiserliche Villa. Und Level Up noch. Wollte ich gerade sagen, jetzt sind alle Level 40. Wunderschön. Und Cutscene. Du kamst, um mich zu sehen? Rickys Freund, Millie! Oh, Millie sieht großartig, bevor... Oh, Nicky ist so stolz. Really? Es ist so schnell passiert. Was ist so großartig. Was ist so großartig. Die Arrangements, die Fountain. Wenn die Kolonie ist, kann ich ein paar Ideen? Meine Läte Mutter adoriert diesen Ort. Läte Mutter? Aber ich dachte, dass deine Mutter... Herr Hainess, der ersten Konsort ist nicht meine Mutter. Die Mitglieder der Imperierenden müssen zwei Wälder nehmen. Ein Homs, ein High Entier. Meine Mutter ist der zweiten Konsort. Ich bin halve Homs, halve High Entier. Melie. Melie live hier? Ja, Ricky. Since I was young, I cannot walk outside as you see me now. So this garden gives me much relief. What's wrong with how you look? Who cares if you're half arms, you'll always be you. Their way of thinking differs from ours. Different ways, different morals. So that's why you wear a mask in public. Yes, Chuck. In less than an hour there will be a banquet in the palace. I would like you all to come. Oh, Ricky's so hungry. He could even eat Smilly or Luca. There'll be plenty to eat. Finally, some decent grub. I haven't eaten anything since breakfast. What's on the menu? Any High Entier specials? Do not embarrass me at this dinner. Expectations lead to disappointment. We aren't talking about Ryan here. What? That's the last time I sit next to you, then. I have much to prepare. I will have someone call for you later. We can't wait. Is there something wrong? No. You are a funny one. It can't be. Shulk. It's the Emperor. Father. Another vision. Shulk. What did you see? On that tower. On prison island. What does the siren mean? They're coming. They're coming. too slow. You'll never stop me now. Report. Yes, sir. We received a report from our south station. Mechon, Mechon sind. Das ist unmöglich! Kallion, die Zeit der Freundin ist gekommen. Ihre Majestät. Es gibt nur ein Kurs von Aktionen. Wir werden nicht aus unseren Besten. Der Vater! Kallion! Verwenden Sie den Kapitel. Ich gehe auf die Präzine. Sag mir! Was passiert mit meinem Vater? Er... Es folgt meine letzte Vision. Wir sind auf der Präzine. Präzine? Metallface und dein Vater... Präzine? Warum würde der Vater da gehen? Nein! Ich muss in das Palais gehen. Ich muss ihn stoppen. Ich gehe in die Präzine. Warte, Melea. Wir kommen zu. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part genau hier weiter. Ja, so ein kleiner epischer Cliffhanger. Alles klar, dann bis zum nächsten Part. Ich gehe jetzt auf den Punkt. Ich gehe in die Präzine.